So, neuer Versuch. Willkommen, Willkommen zu einer neuen Ausgabe Biene, Biene. Uns sind wieder 11 Minuten verloren gegangen aufgrund eines weiteren illegaler Zwangstrennung seitens der 1&1. Ihr mögt wahrscheinlich nicht, dass ich streame oder so. Keine Ahnung warum, ja. Hat irgendwie keine Lust so richtig. Wir versuchen es nochmal. Im Grunde genommen habe ich nur den Ofen in Betrieb genommen. Ja, wir sind nur 11 Minuten verloren gegangen. Ist in Betrieb. Ich habe jetzt ein bisschen Gold reingeschmissen. Sechs Nuggets, äh, sechs Imgots, damit wir ein bisschen Gold haben. Wegen dem Drucken von den Plankcasts. Für den Casts ist die besseren Werkzeuge. Das ist eigentlich nichts weiter passiert. So. Aber zwischenzeit natürlich auch, äh, die... Wie heißen die? Abgenommen. Die Bienen. Okay, jetzt wollen wir mal bauen. Keine Ahnung, ich habe ja gerade keine Ahnung. Ich habe schon einen großen dran. So. 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 Hahaha, passt. So, okay. So, ein Ding. Es werden überhaupt wichtige Werkzeuge und Materialien erstmal an die Casts gegossen. Schön. Einmal mitnimmt, damit ich die Schlöchen kann, die ich nicht mehr brauche. So. Was? Zack. Der ist fertig. Ich brauche mehr. Zack. Arschlecken alles rein. Okay, ist das die Stone Tool raus? Ja, ich brauche. So. Und so. Okay. 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 So. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay Das ist richtig genial Ich fahre heute verpäsidiert, was wir machen, wenn wir dann einen Schert haben, dass ein bisschen mehr Dampf macht, ein bisschen mehr Damage Damage ist der Schlüssel Okay 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 Zwei Drei Vier Perfekt Wollten Elektrum Verdammt Es geht nicht Ich bin nicht verarschen Ich kann es nicht verarschen Also muss ich doch diese Biene bauen Also muss ich doch diese Biene bauen Oh fuck Dann muss ich doch die Bienen bauen Vielleicht mich am Arsch Das darf nicht wahr sein Hmm Mist Na gut Die kannst du auch nicht die Kleine, ne? Die geht nicht Klasse Das ist er Arsch Mist Das ist 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 Die muss ich doch alle bauen Das ist Und Eisen Und Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Na gut das geht ja noch Das geht nach Na gut das geht nach Das ist Die kann man dann sofort umheizen Die kann man dann sofort umheizen Ohne Umwege Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Gut So Dann dann nochmal Aluminium Aluminium Aber nur ein Aluminium aus Aluminium Das Trios und Cultivated, das ist auch recht einfach Das Trios und Cultivated Das Trios und Cultivated Tatsächlich mehr Aluminium, ich gehe kaputt Das Traum ist auch ein Ausatmen Das Traum ist auch ein Ausatmen Der Traum ist auch ein Das Traum ist auch ein Die eine geht in die Entsorgen, Autsch, Autsch, Tron in die Entsorgen, die eine wird jetzt zu Nickel, äh, weil ich brauche ein, ein, ajo, in bar. Ah, das kannst du mit anderen antworten, das geht. So, auch nix. Ah, ok. Dann wollen wir mal diese Esoteric Bullshit herstellen. Autsch, Esoteric. Autsch, Autsch, Autsch. Autsch, 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 Autsch. Ich weiß noch, ob er weiss raus, so was. Oh, okay. Oh Gott. von haus aus gleich das richtige der werkzeuge als gewalt Genau, ich habe das richtig hoch gezeichnet. Das heißt, ich habe ein Aluminium zur Verfügung. Daraus kann man Aluminium machen. Und dann kriege ich Kobalt. Sehr schön. Jo. So. 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 Jetzt muss ich das noch mal machen. Jetzt stelle ich noch mal die Biene her. Die Nickel-Biene stellen wir jetzt noch mal her. Aus dem Hintergrund, dass wir... Hier rein stellen wir her aus. Industrious und Cultivated. Keine mehr da. Das haben wir dabei. Welcome to the store. Nein, nein, nice, hier, tschüss. Das heißt, wir haben jetzt die hier und die hier. Falsche Biene. Mist, falsche Biene. Ups. Peros entsteht aus. Ah, okay. Oh, fuck. Na gut, okay, haben wir noch mal Cultivated mehr. Warum nicht? Ach ja. Hm. Okay. Das war dumm. Ich gehe weiter rein. Ich gehe weiter rein. Ich gehe gerne, bitteschön. Das macht voll viel Spaß. Geht doch. So. Nein. Äh. Ach ja, richtig. Ich muss auch was nehmen. Ah. Die sind da rein. Die Nickel. Die Nickel. Die beiden auch gleich. Also Nickel brauchen an sich nur. Aber wie brauchen wir Nickel überhaupt? Stimmt. Und Fairer ist. Wofür brauchen wir das? Fairer ist. Wofür brauchen wir das? Okay. Nur weg dem Gear. Super. Ich muss die Scheiße noch machen weg dem Gear. Super. Brauche mich für. Den fertilisierer. Und ein. Das war's. Das war's. Das war's. Na ja gut. Warum nicht? Dann bleibt die schon mal da auf dem... Halt. Autsch. Wer weiß. Ach die muss aufgespaltet werden. Genau. Damit die dann entwickelt werden kann. Richtig. Das heißt diese Biene hier. Diese Nickelbiene. Die synchronisieren wir gleich weiter. Ohne Umschweife. Ich müsste doch aus besetzt folgendes machen. Ah Nickel und Fairer ist. Ah. Nickel und Fairer ist. Das war's dann die Esoterik. Und Fairer ist. Gut. Dann kann ich eigentlich gleich die eine. Äh. Dann nehmen. Von daher ist er gleich fertig. Nehm ich die Drohle gleich raus. Ja. Sehr gut. Die Biene könnte ich euch auch wieder Dieb haben lassen. Na ja. Na ja. Ja. Aber in der Fall brauchen wir jetzt Gott sei Dank nicht Tonnen. Oder so wie ich. Kopfhörer. Ähh. Bronx oder so. So. Okay. Ähm. Diesen Effekt möchte ich nicht haben. Sie muss in die 2. Äh. Äh. zogen. Heräus und Nickel brauche ich noch mal. So was. Ah. Jetzt kommt die Esoterik. Willkommen zu der Esoterik. So. So. Da brauchen wir jetzt nicht die Morita nicht. Die Nickel. Die Inbehalt. So. Okay. Mhm. Super. 10 Burys. Gott sei Dank brauche ich das in 24-7. Nur ein oder zwei Mal. Okay. Das reicht erstmal. Cobblestone. Ich brauche das. Und auch. Das reicht. So. Mhm. Alt. Dr. Und. Du. D. Und. 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 Das war's, wasser. Oh oh. Oh, gotcha, danke. Oh, gotcha, danke. Oh, gotcha. Oh, gotcha, okay. Oh, gotcha. 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 Von der ganzen Kolumpe her jetzt... ...dass unten ist das was so... Hier kam... ...Ballonger, ey... mhm... Endlich bessere Werkzeuge, schön... Ich habe mal eine Rüstung bauen... Ach besser, guck mal eine Rüstung bauen... ...Ahh genau... ...So... ...Naschen muss ich mal ein bisschen hier... Ah, genau. So, die hier wird verheizt, weil ich dafür keine Beinigung empfinde. Autsch. So, und die geht da rein ins Verziehungskerbe. Die eine Inverbiene, die wird nicht verheizt, oder die andere sieht man dann lieber, ne? Wir haben den ersten Teil geschafft, dann wollen wir noch die Ferrois, äh, Dummbiene. Wir müssen langsam mal das reguläre Feld erweitern. Ja. Ah, jawoll. Damit haben wir die nächste Folge schön abgeschlossen. Wunderbar. Ich bedanke mich für's Zuschauen und Ahoi Ahoi. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Unfov preocup. vic. セ 구독ungen.